Guten Tag, Leute! Guten Tag! Hier nach dem Fall auf der Riff liegt das Wind aus Teilen, Schopfern. Mit Hilfpartner Schopfern. Jetzt gerade sind zwei IC, drei geht durchgelandet. Soll ich aufgenommen? Vorhin wachsen ich seht, vorhin den IC1, der durchgelandet ist. Da oben fahre an, fahre an, da unten im Minus. Und hier steht BLN, die Albinisten, bereit. Aber diese Güte sind gerade noch rotes Licht. Ich teile euch mit den Obergang, weil das ja was meines gibt. Ich habe schon geholfen, dass du den Wüsten hast, 7 Minuten um die IC1. Ich bin fast noch 7 Minuten um die IC1. Ich bin fast noch 7 Minuten um die IC1. Ich komme nach 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 8 Minuten um die IC1. Vielen Dank.